Also mit 16 bist du zum ersten Mal so mit einem Strich in Berührung gekommen. Genau. Viele Schlägereien, ja. Ja, auch viele Raubs und sowas. Alles hat man ja damals so oft gelesen, auch wieder einer umgebracht. Ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Hispano-Kino. Genau, und da ging ja der Rund. Das war ja fast teilweise wie so ein Supermarkt, ja, wo dann die älteren Herren hängen kamen und sich dann da schnell mal irgendwie in der Kabine dann kurz mal entblößt haben und der Junge sich kurz entblößt hat. Und dann hattest du 50, 100, ja, nach oben hin alles offen, wenn dann halt jemand Gutes gefunden hast, der dann auch nicht arm war, ja. Freundinnen aus meinem Dorf haben mir gesagt, du bist schön, hast einen großen Schwanz, geh nach Berlin. Geh anschaffen, dafür bist du geboren. GraFast. 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 assessor. Vielen Dank.